Was sagst du zur EZB und der Inflation? Also von der EZB habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen. Kann sein, dass sie gerade rausgekommen sind und ich habe das auch verpasst. Grundsätzlich, was sage ich zu EZB und Inflation? Guckt einfach mal auf meinen Finanzkanal oder auch hier regelmäßig. Inflation ist ein Problem. Deswegen gibt es diesen Kanal. Deswegen gibt es die finanzielle Bildung, die mir am Herzen liegt. Denn hier geht es nicht darum, hey, wir fahren alle Lambo und jetzt werden wir alle richtig geil reich. Das wünsche ich jedem. Wir gehen auch in ein großes Risiko, indem wir in Krypto investieren. Aber geht bitte immer mit Verstand dran. Geht vor allem mit einem weiten Horizont dran und auch euren Blick über Krypto hinaus. Mir ist es wichtig, dass ihr langfristig hier für euer Geld sorgt, für euren eigenen Wohlstand in der Zukunft, für eure eigene finanzielle Absicherung, die ihr Staat vielleicht nicht gewährleisten kann und vor allem einfach aus der Tatsache heraus, dass Geld, was liegt, verbrannt wird. Die Inflation funktioniert so. So war es schon immer. Jetzt wird es uns allen nochmal klarer, weil die Zahlen gerade in den Medien sind. Es passiert aber schon die ganze Zeit. Und deswegen ist es wichtig, darüber aufzuklären. Das ist auch nicht so der Fingerzeig, oh, was machen die alle für eine Scheiße Entmachtung. Jeder ist an das eigenes Glück Schmied letztendlich. Wir können auch selber eben auch im kleinen Rahmen für unsere finanziellen Möglichkeiten sorgen. Nicht jeder ist gesegnet, viel auch investieren zu können, aber selbst kleine Beträge lohnen sich einfach allein, um sie schon vor der Entwertung zu schützen. Und deswegen, das ist das, was ich zur Inflation sage. Und die Inflation wird nicht kleiner. Die wird auf jeden Fall noch wild, die wird turbulent. Und wir werden lange, lange keine Zinsen sehen, die die Inflation auch nur ansatzweise im Schach halten können. Das heißt, man ist in den nächsten zehn Jahren ohnehin oder in dieser Dekade ohnehin gezwungen, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern, um eben hier nicht Opfer der Inflation zu werden.